Herzlich Willkommen zurück. Hier geht's schon weiter. So. Begrüßung. Herzlich Willkommen zurück. Sorry, das war jetzt mal ein ganz schneller Schnitt, beziehungsweise ein schlechter Anfang und wir starten hier wieder und wir sind jetzt auf der Suche nach Kassandra. Und da wünsche ich Ihnen schon viel Spaß. Weil die ist nämlich nicht so schön. Hm, sieht da inzwischen so keins. Oh, knapp. Also die mit den Schultern mit auch Schroh drauf knallen, was es geht. Und sonst machen sie euch alle. Oh, bitte komm mir jetzt nicht schon. Oh, ja. Oh, ja. Du hast vielleicht den, der mich kreiert, aber es war Cesar, der mich abgelöst, als ob ich Dirt war. Aber ich weiß, dass du hier nur eine Art und Weise bist. Also lasst uns das überlassen. Oh, ja. So, gleich BuzzFight. Und hier ist A und O. Nur ausweichen. Sonst noch deinen fertig. Oh, ja. Hm. Das war mal gut. Oh, naja. Ich weiß doch nicht mehr, dass es besser geht. Wollen ihr irgendwie eine... Komm her, komm her. Komm, 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 komm. Immer rennen. Komm, 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 komm. 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 Weng, weng. Das ist zwar nicht schade um dir, Alter. Komm, 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 komm. Gut, gut, gut. Gut. Okay. Na komm. Das war's. Also beim ersten Mal ist die Scheiße schwer, sag ich euch, wie es ist. Da verzweifelt doch. Und jetzt... Ich weiß nicht... Im LP klopft das er. Und am besten ist halt immer die Typen mit dem Waffen aus. Also mit dem Schießeisen. Und die decken dann. Bumm. Weg mit dir. Na ja. Komm. Weg mit dir. So. Unsere nächste Waffen. Die Uziis. Jetzt zeig ich's euch. Aber... Die sind jetzt hier nicht so... Verrauschend. Die können wir dann... Ein bisschen später im Spiel hier brauchen. Ja jetzt kommen sie. Das sind die nervigsten Gegner. Nach den dämlichen Ködern. Nach den dämlichen Ködern. Ich mag die überhaupt nicht die Weiber. Sind zwar schön anzusehen. Aber... Ne. Das ist einfach nur... Voll... Nervig. Du Rattenschnitzel. Äh Schnitzel. Boah. Scheiße. Ja. Ja. Killen wir uns selber. So. 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 Und wenn wir uns jetzt. So. 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 Ich bin erst mal Ein bisschen verkackt hab Wir können uns auch den Neptins ein bisschen anschauen Wenn ihr wollt Aber Oh ey Schöner Labdance da oben Feuern wir uns schön an Ein bisschen Ja ja Weg da Der hat's noch überlebt Ich will hier nicht sterben Ich will hier nicht sterben aber Was mache ich? Ich sterb Ach Langsam Granate werfen Langsam Granate werfen Weiß Was im Kleine Wie soll ich das da? Was ist hier denn los? Da ist immer der Köter. Oh, was ist hier denn los? Nein! Die falsche Taste! Ach, wie ist denn das noch? Ich stelle mich ein bisschen blöd an gerade. Boah! Ja! Starlight passt zum Stardust. Hm. Hm. So heißt das Köter. Ich muss hier weiter. Ah, da hoch ging es. Ja. Ist doch 3-4 Tage her, wo ich sie später baue. Naja. Boah! Boah! Ich hatte die Weiber. Boah! Boah! So. Also wenn ihr die los sein wollt, um das einfach aus dem Fenster zu schießen. So. Ungefähr. Mhm. Die sind tot. Und das halten wir uns mal auf. Ups. So. Töter. Erledigt. Auf geht's. Auf geht's. Hm. Na du. Lass doch mal Heilung liegen. Was habt ihr das auch mal gemacht. So. Spiderman Action. Wo dann mal hier oben. Oh. Boah. Ich hasse es. Ich hasse es so. Boah. Boah. No. Schlippi gesehen, Pink trägt die Frau von heute. Ich weiß noch nicht, was die Länge von meinen Ports gerade sind, aber mit der Länge seid ihr auch ein Verständnis, es ist nicht zu lang, nicht zu kurz. Und ich denke mal, wir machen immer so einen Abschnitt. Oh, verzeihung. Oh, verzeihung. Oh, verzeihung. Oh, verzeihung. Oh, verzeihung. Wir haben ein guter Punkt. Oh, erzähl mal wo es nach Angelo war. Oh, du bist ein bisschen fisch, wenn du in der Nivea in der Karte ist. Und es so sieht aus wie ich mich? Haha, du machst einen guten Punkt. Wie lange es das schon seit du in der Stadt war? Wie sechs, sieben Jahre? Was hast du hier gemacht? Mann, Mann, Cesar muss sein. Ich meine, ich hörte, dass du werden Cesar sein. Total krank. Das war's für mich. Hey, wir sind hier! Gehen wir den großen Boxen! Es ist Mellow! Wir sind in der Kirche! Sie sind sicherlich! Und erinnern Sie, keine Liebe, keine Liebe! Na, falsche Richtung! Komm raus! Oh, na, toll, toll! Oh, was ist das? Hm, der Post ist total krank! Komm! Oh, falsche Erfahrung! Oh ja! Okay! Wenn er mal seinen Dings bisschen öfter machen würde! Genau das! Okay, das war aber falsche! Bäh! Bäh! Die armen kleinen Kätzlein! Boah! Mein Sascha! Derne Kätzlein! Unserer Kätzlein! Noh! Wieso? Ich mag den Basta einfach nur lächerlich! Du bist hier nicht so... ...mutter! das wusste ich auch nicht so dass können mit kätzchen klappt das immer in einem duntern wääh was passt da jetzt deine bastarde ja ist klar Jetzt ist es um ihn geschehen. Boah, alter. Das ist ein bisschen heavy, wie der Nippe Piercing es umgeht. Und... Ding... Oh, das reicht für heute. Für den Port. Was der fuck? Haha, ich sag dir, es war schrecklich. Hast du mich? Okay, das machen wir das nächste Mal hier. Und wir haben Ketten bekommen. Damit kann man so ein bisschen wirken. Ganz fein. Okay, also bis zum nächsten Mal.